Mein männlicher Schiffsname, Ben, kennt man gar nicht. Ja, sehr selten. Ja, wir haben lecker Erdbeerkuchen gehabt. War wirklich lecker. Tolle Erdbeeren wieder gehabt. Genau, wer auf unserem Instagram-Kanal uns folgt, der wird das Foto schon in der Story gesehen haben. Und ja, wir wollen jetzt zu Fuß zur A-Mündung. Da soll man, wenn man auf diesem Weg, wo die Radfahrer in diese Richtung fahren, und wir jetzt in die Richtung gehen, sollte man wohl da hinkommen. Und ich hoffe, das funktioniert alles, weil das soll schon schön da sein. Und das wollen wir natürlich sehen. Natürlich. Wenn man jetzt so viel an der A, dann wollen wir auch mal das Ende der A sehen. Genau, und da nehmen wir euch mit. Kommt also mit. Was das Navi uns nicht hat geben wollen, haben wir uns jetzt zu Fuß geholt. Korrekt. Wir sind jetzt tatsächlich an der A-Mündung. Hier waren wir noch nie? Nee. Und jetzt wurde es einfach mal Zeit, dass wir hierher kommen. Und damit ihr viel mehr von dieser wunderbaren Mündung seht, wird Stefan einen richtig tollen Schwenk machen, inklusive die Reihenblick. Und ich würde auch sagen, genießt die folgenden Bilder. Bis zum nächsten Mal. Musik Ja, das waren doch schöne Aufnahmen, denke ich mal, oder? Das hoffe ich ja, das hoffe ich ja. Wir haben uns auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben. Genau, wir waren stets bemüht, euch schöne Bilder zu bringen. Und deshalb verabschieden wir uns jetzt auch hier vom Rhein. Wir werden jetzt wieder ins Ahrtal zurückfahren. Weil morgen holen wir ja noch ein bisschen nachschuben. Und dafür fahren wir jetzt schon mal wieder zurück. Wir werden jetzt aber nicht auf einem Wohnmobil-Stellplatz fahren. Nein. Den lassen wir mal den Wohnmobilisten, damit die wollen ja auch drauf. Die wollen ja überall unterwegs sein. Es ist hier sehr, sehr voll, weil einige Plätze natürlich gesperrt sind. Gibt es nicht für alle natürlich einen Platz. Ja, und es fangen halt Montag so die Pfingstferien, Christinbefahrtsferien sind ja dann los. Und es ist ja richtig geniales Wetter. Also kann man es nachvollziehen. Ja, wir melden uns auf jeden Fall von Dernau. Da im Eck wollen wir jetzt eigentlich hin, ob das auch alles funktioniert. Schauen wir mal. Wir wollen duschen, wollen grillen. Wir haben also noch viel vor. Und ja, mit den Szenen des Rheines verabschieden wir uns halt vom Rhein. Genau. Ich kann hier nur eins sagen. Wer diesen tollen Ausblick mal genießen möchte, der ist wohl drauf und dran. Denn der sollte mal hierher kommen. Man kann hier super toll wandern. Also man kann da gar nichts zu sagen und gar nicht meckern. Ja, was wir jetzt natürlich machen werden ist, wir haben uns jetzt sozusagen hier diesen Schlafplatz gesucht, sage ich mal. Wir werden jetzt hier auch duschen, dass wir immer wieder frisch sind. Und dann werden wir, denke ich, bald auch anfangen, die Grillsachen fertig zu machen. Und dann gibt es auch bald Essen. Aber schaut nochmal. Der wird jetzt gleich gefüttert. Ja, nicht nur deiner, meiner auch. Der auch? Das ist aber blöd, wenn du den beworben hast. Du musst es aber noch genießen. Ja, mache ich ja auch. Wir sind gut geduscht. Man sieht noch, das Zelt kann man auch stehen. Ja, das kann noch trocknen und so weiter. Dann ist das auch ganz gut. Klärchen hat gerade mal ein bisschen Pause. Die macht gerade mal ein bisschen Pause. Kommt um 18 Uhr wieder. Ist aber nicht schlimm. Ja, Strom genug haben wir an Bord. Also das hat gut gezogen. Ja. Eigentlich sind alle wichtigen Geräte auch mit Strom beliefert. Genau. Und ja, jetzt werden wir wirklich grillen. Wird Zeit zum ersten Mal in diesem Urlaub Jahr. Ja, in diesem Urlaub Jahr. Das letzte Mal haben wir gegrillt. Das haben wir wieder mal etwas, haben wir wieder Hähnchen vielleicht abgepackt gekauft. Und wir merken, dass das ist echt nicht unser. Vertragen wir überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung, was sie da drin haben. Wir machen es selber. Wir nehmen uns schöne Filets und dann gibt es das. Dementsprechend Gewürz mit ein bisschen Öl dran. Und dann ist es gut. Du hast noch einen Kloppsi. Ich habe noch einen Metklops. Und ich habe gute Bratwürstchen. Die sind aus Famila. Das sind natürlich Mecklenburger Bratwürste. Die sind echt gut. Die hatten wir auf Rügen schon mal. Und seitdem eigentlich immer, wenn wir Famila sehen, gucke ich mal, ob die da gibt. Ja. Kaufe ich. Gott sei Dank gibt es die auch. Also nicht nur an anderen Ostsee, sondern auch schön in Hannover. So ist es. So, wir werden das jetzt erstmal alles aufbauen. Und dann melden wir uns wieder. Ne. Dann essen wir. Genau. Und dann melden wir uns danach wieder. Weil ihr seht nichts vom Essen. Vielleicht ein paar Bilder. Mal gucken. Vielleicht. Wir haben gut gegessen. Es war sehr lecker. Also, da kann man schon sagen, wir lassen es uns richtig gut gehen. Ja. Aber wir haben ja einen großen Wärmungstoffen. Morgen müssen wir schon wieder nach Hause. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Eigentlich hätten wir gerne verlängert, ne? Ja. Also, wenn man sich überlegt, wie gesagt, allein tatsächlich, dass wir jetzt am Rhein waren. Und das war ja ein Fingerschnips. Das sind ja keine 15 Kilometer. Ja, das ist ganz schnell. Bis zum Rhein. Und wir haben auch gerade nochmal philosophiert, wie schön ja auch die Mosel-Gegend ist. Aber dass wir sagen müssen, in diesem Anblick, den ihr da hinten jetzt sieht, das ist das Schöne von dieser Kamera, weil sie so weitwinkelig ist. Du hast diesen ganz schmalen Grat da. Ich gehe mal aus dem Weg. Die sind ganz schmalen. Und das hast du so nicht. Das hast du nicht an der Mosel. Du hast die Bundesstraße, du hast die beiden Bundesstraßen, du hast den Rhein und du hast beide Bahnschienen. Das hast du hier nicht. Also, das ist hier wirklich was Besonderes. Und gerade weil wir jetzt Bad Bodendorf kennengelernt haben, sind sich und sagen uns, wow, was ist da denn noch alles schönes? Weil wir kennen ja nur dieses Teil. Also ich kann euch versichern, wir werden hier wiederkommen und wir werden noch mehr Videos aus dieser Gegend einfach drehen. Klar. Dann noch etwas. Und da gehen jetzt ganz, ganz liebe Grüße, falls das Video jemals da gesehen wird, nach St. Peter-Ording. Oh ja. Zum Campingplatz Biel. Wir haben uns gerade sehr, sehr über eure Nachricht gefreut. Wir haben nämlich gerade eine E-Mail bekommen, dass diese Campingplatz-Vorstellung, die wir euch da oben mal verlinken, wurde man sich bedankt dafür und dass sie fragen, ob sie das auf ihren Social Media Kanälen verlinken dürfen. Und natürlich darf das gemacht werden. Das darf jeder, also auch für euch, wenn ihr irgendetwas von uns gut findet. Ihr dürft das gerne teilen, verlinken, was auch immer, wie ihr das auch macht. Weil uns freut es, wenn es euch freut. Korrekt. Und ja, das wird mir jetzt auf jeden Fall gesagt. Also danke nach St. Peter-Ording. Und wir kommen auch bald wieder. Auf jeden Fall. Aller, aller spätestens am 26. Juli. Das ist zumindest unser Plan. So soll das sein. Da sind wir da. Und egal, ob da Corinna, Corona, Carina da sind, interessiert es sich. Wir kommen da hin. Genau. So, aber jetzt würde ich sagen, genießt nochmal die Aussicht. Und ja, wir werden jetzt hier nochmal mit der Drohne fliegen. Und ja, wir werden jetzt hier nochmal mit der Drohne fliegen. Und ja, wir werden jetzt hier nochmal mit der Drohne fliegen. Was soll man sagen? die sonne geht da bald unter also das heißt über den berg sagt goodbye und gute nacht ja und für uns wird das jetzt ja auch die abschiedszene würde ich sagen für den heutigen tag wir hoffen euch hat das natürlich gefallen was wir ihm gerade gezeigt haben damit wollte ich eigentlich starten er ist schon beim verabschieden wir euch schon loswerden merkt er mit euch loswerden ist unfassbar ich wollte das noch sagen so aber auf jeden fall war es das für heute morgen mal sehen was wir noch so machen wir holen wein ab wir wollen auf jeden fall noch einmal grillen das ist auch noch der plan und dann geht es aber wie gesagt leider nach hause weil am montag kai sagt immer schon das bergwerk ruft bei uns heißt es wahrscheinlich der serverraum ruft könnte man bei uns sagen das ist richtig da wollen wieder solche kabel umgesteckt werden und die lüfter die brauchen ihre ihre betreuung genau dementsprechend müssen wir leider nach hause aber erst morgen und in diesem sinne wünschen wir erst mal gute nacht guten morgen guten morgen wir haben sonntag den 17 mai korrekt und damit auch internationaler tag gegen homophobie transphobie und sämtlichen probien die es so gibt wobei für mich ist das keine phobie für mich das einfach nur dummheit wenn man gegen die leute ist weil die haben sich das ja nicht auch ausgesucht wenn ich mal ein politisches damit am morgen vertreibt kommen wir uns sorgen rein kommen sorgen vertreibt das weil man sieht schon die sonne da steigt da steigt sie auf und sie zeigt schon einfach nur das art von der schönsten seite und wir werden jetzt wunderbar frühstücken es völlig gechillt angehen weil das ein gut macht erst um zehn glaube auf oder um elf müssen wir mal gucken wenn das auto ja wir haben auf jeden fall ruhe kein stress überhaupt nicht weil irgendwann unser letzter urlaubsdach gar nicht schön aber naja was wir machen geht ja bald wieder los genau aber erstmal genießen wir noch das was wir jetzt genießen der wagen ist voll er ist sowas von voll aber auch diesmal werden wir sagen es ist nicht alles für uns ich wollte gerade sagen nicht dass ihr wieder denkt wir sind säufer nein sind wir nicht weil wir waren jetzt ende februar da jetzt sind wir mitte mai da dann würden die sagen in drei monaten versaufen die das nein wir haben ja auch noch ein bisschen was und den letzte lieferung haben wir ja auch an freunde und so weiter viel verteilt also die haben wir alle mit bestellt genau und genau wie ist jetzt hier auch wieder es ist auch wieder eine sammelbestellung viel wein für den pepper ja bis ein bisschen ist auch da drin die haben beim letzten mal dafür nicht also von daher ja also wir könnten zur not machen wir liefer service wenn unsere firma uns nicht mehr haben will dann machen wir liefer service fahren wir die ganze welt und mehr also wenn wir den neuen kasten haben wir ein bisschen mehr platz das auf jeden fall genau so wir fahren jetzt leider wieder nach hause haben gar keine lust aber wir müssen halt und dann werden wir auf jeden fall irgendwo noch grillen da werden wir uns irgendwie einen platz bei park von leitwetter raussuchen genau also auf dem parkplatz ist nicht so laut dann oder so suchen wir uns was schönes raus und von diesem platz melden wir uns dann auch wieder und solange genießen genießt einfach noch mal den krach den ihr hört dann gleich weiter nix mehr bis auf jeden fall ein satz mit x eine odyssee im weiß gar nicht im lippeland auf jeden fall unfassbar wir haben einen schönen platz ausgesucht bei park von halt ja aber irgendwie ein bisschen doof der eine navi jagen über den privatweg genau das heißt da darfst du eigentlich nicht lang da stand eigentlich nur für pri nur für die anleger dann aber sagt okay probieren wir jetzt das andere navi der ja in die haupt in eine einbahnstraße rein also einwandstraße verbot einwandstraße das rote schild kennt ihr mit dem weißen strich ich denke der platz war das problem wahrscheinlich wird derjenige der den platz dort reingesetzt hat einfach drauf los und einfach rein ist mir egal gibt leider solche paar leute die das halt so machen aber uns ist es nicht egal und wir fahren nicht einfach irgendwo in straßen rein die halt für den öffentlichen verkehr oder für alle anderen gesperrt sind ja dementsprechend haben wir uns für das walzroder modell wieder entschieden ja falls ihr nicht was das walzroder modell ist sollte vielleicht anfangen mit ich überlege gerade unser sankt peter ording hh reise von letzten jahr denn da sind wir auch auf einem camp das ist das industrie industrie park sozusagen sie gerne gefahren und das haben wir jetzt hier auch weil wir haben jetzt auch noch mal nachgeguckt wir haben da geguckt es ist hier nix in der nähe und dann machen wir die variante die kennen war und die ist auch nicht schlecht ja und die parkplätze sind ihr könnt ja mal gucken alle soweit frei also von daher kann man sich dann dementsprechend hier gut hinstellen da steht unser grill und der marcel wurde auch noch was sagen weil in der richtung geht es auch nicht mehr weiter das heißt saggasse hier wird nichts mehr passieren und deshalb bleiben wir jetzt hier genießen war den abschluss von unserer reise mit dem lecker fleisch in den lecker würschchen genau wo er brotchen ja und wir sagen dann jetzt für euch schon mal guten hunger und dann gibt es nachdem wir gegessen habt das fazit zu dieser reise so ist es ich würde mal sagen gut gegessen haben wir noch mal das war sehr lecker entspannte mittagspause und jetzt mal das so ausdrücken genau also dieses walzroder modell was wir haben das ist wirklich ganz gut das kann man immer wieder machen gerade auf dem sonntag stört ist ganz 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 wenige bis eigentlich gar keinem ja so sehe ich das auch kann man gerade auf die uhr guckt wir haben es jetzt sage und schreibe 15 uhr und ja wir werden uns dann langsam aber sicher definitiv auf dem heimweg machen was haben wir noch anderthalb stunden ungefähr prima daumen anderthalb bis zwei stunden ja sind kurz hinter bielefeld jetzt gerade hier paar kilometer haben wir auf jeden fall noch aber das ist auch nicht schlimm das kriegen wir schnell ja durchgelaufen das auf jeden fall ja auch wir haben viel erlebt in diesem urlaub mehr als wir eigentlich gedacht haben also hat ja schon angefangen dass wir einen tollen platz in der wedemarkt gefunden haben und dann natürlich bei autohaus tierge oder wohnmobil tierge ich glaube es ist so richtig ja hatten wir einen schönen vormittag tag sozusagen bis nachmittag also das war schon sehr effektiv und sehr erfolgreich erfolgreich war es noch nicht verabreden wir jetzt den kaufvertrag unterschrieben gut das müssen wir uns ja auch alles erstmal noch mal durchrechnen noch mal durch überlegen wollen wir das auch wirklich so haben denn ein paar sachen kriegen wir ja so nicht sind es dann doch alternativen ist es dann doch ein auto was wir uns gar nicht was wir uns jetzt schon angeschaut haben also im internet aber so gar nicht auf dem schirm haben also das wird alles interessant werden ja industriepark nord war auch wieder sehr schön würden empfehlen wir euch auf jeden fall schaut euch das mal an sehr sehr schön also viele weitläufige wege die man spazieren gehen kann die man rad fahren kann also das haben sie gut gemacht haben die esburg das lohnt sich auf jeden fall die eifel das wüster und das war mega alles wunderbar und wir waren erfolgreich also wir haben mal nachgeguckt die mal daumen haben wir glaube an die 60 gb daten die wir jetzt verarbeiten müssen also arbeit für uns auf erfolgreich war es noch nicht aber es ist noch viel arbeit aber es hat einfach spaß gemacht und ich hoffe auch dass ihr vielleicht das ein oder andere mitnehmen konntet was wir euch gezeigt haben und dann würde ich sagen daumen hoch würde ich sagen daumen hoch abonnieren teilen also die standard gedöns genau und wenn er mögt dann seid ihr das nächste mal wieder dabei wenn es heißt wir gehen auf tour nämlich die kreuzfahrt camper bis dahin ciao ciao tschööööööööööööprit und es ist nur soweit Das ist nicht so viel Sinn, ne? Ja, er ist so... Ich muss erst mal wieder eintreten, der... Der könnte es... Ja, der ist auch... Zu steil eigentlich. Die fliegen alle so doof. Die sind nicht rund genug. Okay. Lass mal sein. Ja, noch einen. Ja, gut. Dann...